Hallo und ein herzliches Willkommen. Ich befinde mich gerade mit ein paar Freunden auf dem Weg zum Tiergehege in Eisenhüttenstadt. Ich bin jetzt im Tiergehege drin und werde euch ein paar Tiere zeigen. So, wir sind jetzt hier bei den Hasen angekommen und jetzt gehen wir zu den Vögeln. Jetzt sind wir in der Vogelabteilung, aber wie es aussieht, sind hier zurzeit keine Vögel. Vielleicht, weil es etwas kälter zurzeit ist oder naja, wir wissen es jedenfalls nicht. Jetzt sind wir bei den Eseln. Die sind echt mega, mega süß. Musik 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 so jetzt sind wir hier bei den schweinen also irgendwie sehen die ein bisschen komisch aus ja und die kommen auch nicht raus eigentlich befinden sich hier in diesem gehege die affen aber die sind irgendwie zurzeit nicht hier irgendwie finde ich das generell wenig tiere zurzeit im teegehege sind aber den genauen grund weiß ich leider nicht jetzt befinden wir uns in der schweine bei den kängurus aber leider kommen die nicht vor zu uns jetzt sind wir beim fuchsgehege aber leider ist der fuchs dort drin und kommt auch leider nicht raus jetzt sind wir beim streichelgehege und gehen jetzt rein und füttern die tiere so 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 und das war es auch schon wir haben uns alle tiere angeguckt es waren nicht allzu viele weil wahrscheinlich viele tiere während des winters nicht hier sind das teegehege ist auch nicht allzu groß aber völlig ausreichend und ja ich hoffe euch hat dieser kleine blog gefallen wenn es das tut würde ich mich gerne über eine positive bewertung freuen und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin ciao so 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 so